Was haben wir denn jetzt eigentlich? Lernartier. Ach cool, ich glaube, ich mache heute mein Englisch-Testing. Ach, das habe ich gestern schon gemacht. Mal sehen, was ich noch erledigen muss. Und was machst du jetzt hier heute, Emil? Psst, wir dürfen hier noch flüstern. Und jeder arbeitet für sich. Ich habe Step 1 in Englisch erledigt. Dann kann ich ja jetzt den Vokabeltest machen. Wir haben jeden Tag Zeiten, an denen wir im Lernartier an den unterschiedlichsten Fächern arbeiten dürfen. Hier arbeiten wir alleine und in unserem eigenen Tempo. Hm, was mache ich denn heute? Das Blütenmodell in Bio? Habe ich schon gemacht. Das Video über die Pyramiden? Hebe ich mir für später auf. Die Lektüre weiterlesen? Dafür haben wir noch Zeit. Oder die Tabletaufgabe in Englisch? Wollen wir das Rollenspiel zusammen machen? Mhm. Komm, wir gehen auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz arbeiten wir gemeinsam und können uns so gegenseitig helfen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer nehmen sich viel Zeit, um uns zu beraten und uns Tipps für die Weiterarbeit zu geben. Wollt ihr noch mehr über die Friedrich-Ebert-Schule erfahren? Dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Hey Emil, du hast deinen Vokabeltest bestanden. Cool. Cool. Ja, super.